Story fortsetzen, das Ende einer Ära. Okay. Das war schon die Grenze. Weg des geringsten Widerstandes. Die Grenze ist nicht so gut, wie sie ihn aufbauen. Arthur Edwards, wer es war, ist nicht mehr. Seine persönliche Daten von allen Systemen, die ihn verabschiedet hat. Es ist viel zu advanced. Die Partner hat keinen Geld dafür, um ihre Kontrolle zu sein zu sein. Wie nicht verabschiedet? Ich habe das, was du gefragt hast, aber Grey ist weg und ich keine Diana. Ich bin nicht die, die du jetzt brauchst. Ja. Du musst mich verabschieden. ICA? Ich benutze alle Encrypte, die kennenzulernen. Wer sind diese Leute? Die besten. Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor sie zufrieden sind. Wir müssen sie unterbauen. Du und welcher Armee? Ich weiß, wo die Agenheit verabschiede ihre Daten. Mission Reports. Klient Daten. Wenn wir es zu dem Publikum... Achete, wie ich es? Das ist die Linie der wenig Quietschatten. Das ist die Linie von Leisbrauch. Ich verstehe dir, wie ich jetzt, Olivia. Ich mache das. Und ich bin aus. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. The ICA site in Chongqing houses the agency's data storage and analyst division. Needless to say, security is daunting. The state-of-the-art server vault is biometrically wired to the facility's two overseers. Imogen Royce, Behavioral Analysis Pioneer, and Hush, a data security guru with a taste for fringe transhuman experimentation. Tell me about Hush. A former cyber terrorist for the Ministry of State Security in Kedanyang, who fled his country after one of the Po regime's periodic purges. He made a career doing cyber security for dark web deplorables, human traffickers, organ harvesters, scum like him, with no code or conscience. ICA sure can pick him. No offense. Can you disable security? A dual authentication protocol ensures that any handling of data must be directly authorized by Hush and Royce, the proverbial human factor device to make the system impenetrable. Luckily, I found a loophole. If both Overseers should unexpectedly die within a short space of time, the system reverts to a temporary fail-safe protocol, which I can bypass. Take them off the board, and you'll have free access to the data core. And I'll handle the rest. And you're sure it'll work? Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right. I'll leave you to prepare. Weiß Bescheid. Ach die Scheiße. Das hört sich extremst schwierig an. Ähm, gib mir mal Dietrich. Heißt auf gut Deutsch. Äh, ich brauch ne Pause bevor ich das mach. Also, hören und stören wir uns gleich weiter. Na gut, dann wollen wir mal anfangen. Oh Gott, ich glaub das wird die bisher härteste Vision. Oh Gott, oh Gott. Zumindest hat's sich so angehört. Na ja, wollen wir mal gucken. Chongqing, China. This city is Big Brother's wet dream with more than 2.5 million cameras covering 15 million people. Privacy is a four letter word in this place. It's pretty ironic that a cloak and dagger organization like the ICA keeps his most valuable secrets here. You'll find Hush, conducting his fringe experiments in an abandoned apartment building. While Imogen Royce, the archivist, runs a day-to-day business of the ICA data facility. I just hope you know what you're doing, 47. Ich glaub, dat hoffen wir alle. Oh Gott. Chong, King, China. So, eliminieren sie die beiden, hacken sie den Datenkern. Nicht verfügbar. Alle Ziele eliminieren. Äh, ja wo sind die? Ich gucke mich da hinten. Okay. Na gut. Rückwärts gehen? Nö, hier können wir wahrscheinlich dann abhauen mit dem Zug einfach. Na gut. Dann wollen wir mal. Was konnte ich hier gerade machen? Achso. Ja, nee, das will ich nicht. Pass auf, die arme Frau in Ruhe. 47. Die Musik ist natürlich extremst geil. Ich werde mal ganz kurz die Musik wieder, äh, die Soundeffekte wieder ein bisschen hochstellen. So. Neun ist gut. Okay. Hey, 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 hey. Willkommen zum Jung-Jung-Distrikt. So, ich frage mich, warum wir so weit weg starten und warum es hier so viele Möglichkeiten gibt, mit Ablenkung zu initiieren. Hm. Ah, mein Knie ist so schwar. Wo ist denn? Ich fiel über, weil eine haupte Frau plötzlich gerade in fronte mich. Okay. Die ist da unten. Sie ist da unten und wo ist er? Da. Ha. Ich habe eigentlich mit einem großen Gebäude gerechnet. Da ist er. Könnte ich theoretisch durch ein Fenster schießen? Oh, hier. Guck ihn. Ich werde mich weg. Geh die Hölle aus hier. Ich habe diesen Flieger und es sagt, ich kann viel Geld machen, um in einigen Experimenten zu sein. Sie wollen nicht Leute, die uns für solche Dinge fragen. Nein. Nein. Sie wollen nur Leute wie uns. Der Flieger sagt so. Das bedeutet, es ist zu gefährlich für rote Menschen. Das hat Hush geschrieben. Er hat die Hölle für persönliche Wunschung geschrieben. Vielleicht ist das ein Weg, um Sie zu den Bastard zu kommen. Ja. Geh das nicht. Oh, ich gehe. Das ist meine Chance. Ich muss nur herausfinden, wo es ist. Der Flieger hat ein Symbol, das ich auf ein Gebäude finden muss. Okay. Geh mal los, Alter. Muss ich den gleich nur einmal kurz aus dem Weg räumen. Ich werde ein Umbrellas bekommen, wenn ich rich bin. Ich habe Böse. Ich habe ein Haus. Ich werde ein Haus bekommen. Ich werde nie wieder in der Regen gehen. Okay. Der Typ da stört ihn, bitte. Ich werde rich. Rich. Du hörst? Dann schaust du mich nicht, wie ich bin. Nein, du nicht. Entschuldigung, Mann. Ich schaue nicht an dich. Ich weiß, was du denkst. Aber wer wird da drauf sein? Ich? Ich! Ich! Ich kann was kaufen. Essen, Kleine, Klappen. Ich kann deine Frau wegnehmen, wenn ich will. Hey! Hör. Er ist nicht. Er ist verrückt. Komm schon, Baby. Lass ihn weg. Warum nicht? Ja. Ich muss eine Frau wegnehmen, wenn ich hier bin. Er ist verrückt. Oh, schraub. Du bist wirklich nett. Du hast meine Haare fertig. Du hast ihn mit den richtigen Menschen. Ja, ich kann dich nicht passen. Ich bin sorry, Herr. Alles gut. Ich will noch nicht rein. Ich muss erst ihmsten hier noch aus dem Weg räumen. Komm. Mann. Los, hier oben drauf. Jetzt aber. Zack. Gib her. Steh auf. Okay. Obdachlosenunterkunft. Oh Gott, oh Gott. Naja, der war hier lang auf dem Weg. Krass. Oh. Das Chef-Outfit ist wirklich nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ich bin in eine Sekunde. Ich bin da unten. Hm. Shit! Was heute's Code... 113? Nein. Um... Come on, think! 01. Definitely 01-something. 18? Ja, okay, warte. Ich schreibe mir das ganz fix auf. Zero, one, one, eight. Alles klar. Merke ich mir. Das war eine Köchin. Vielleicht so eine obdachlosen Küche, irgendwie was. Hm. So, hier wieder runter. Ach, hier waren wir doch schon mal. Okay. Hier ist ein Restaurant. Ist es hier vielleicht? Alle, check, ganz ruhig. Überschlacht euch mal nicht, lieber. Äh, überschlacht euch mal nicht gleich mit euren Antworten hier. Obdachlosenunterkunft. Hier irgendwo vielleicht? Nee. Ich glaube ja nicht. Waren denn die anderen Obdachlosen? Die standen doch hier oben links gleich. Genau, hier sind die ja reingegangen. So. Hier sind die Obdachlosen. Leichenablage, oder wie denn das, oder? No matter how well the day. No one is asking you to. Ah. Hier vielleicht? Hi there. Let's get you out of the range, shall we? Alles klar. Yeah, keep it real. Was, Filzen? Filzen kommt aber gar nicht gut. Ähm. Fuck. Scheiße, meine Knarre. Äh. Ich hab nix andres da. Ja, lässt sie nicht ändern, ne? If you want to pass through, I gotta pat you down. Lässt sie nicht ändern. Ja, lass mich mal schauen. Just like the movies, right? Okay. And you are good to go, sir. Ich muss mich also nach ner Waffe umschauen. God. Oh. Was ist das Schmarr? Es ist dich. Oh. Wie kannst du es halten? Deine Klappen sind so schuldig, ich kann die Klappen wirklich nixen. Wann hast du letztens dein Outfit verändert? Geräusch? Ich hab nix meine Klappen immer wieder. Ja, ich hab nixen. Du hast das gemacht. Du hast das gemacht, dass du ein Klappen mit einem Klappen verletzt hast. Es ist in da, Kotigasi. Du verstehst, dass du dich und die anderen Klappen verletzt hast. Die Klappen sind ein Teil der Klappen verletzt, wenn du den Klappen verletzt hast. Und du hast alle Klappen verletzt, um eine weitere Klappen verletzt zu suchen? Ja. Wer würde dich von den Klappen verletzieren, wenn du dich selbst verletzt hast? Ich hab nixen. Oh, so Hush likes the last one I sent up to the top floor. He'll be the one to conclude this phase. I knew Hush would be pleased with him. He signed up for the full package. Strong, too, all things considered. I'll wrap up down here. Thanks, Junly. I was just informed that we don't need any more test subjects tonight. I don't understand. There's no work? Oh, no, there will be more to come. Depending on the results of the conclusion to this test phase, come back tomorrow. And we'll schedule a new spot for you. Na gut, we can probably more than überzeugen. Come in and take a seat. Okay, warte. I'll come. Let me go. I'm sorry to inform you that we have all the test subjects we'll need for tonight. But you're welcome to fill in your information now and come back tomorrow. A guard is waiting outside the door. He'll escort you out of the building when you're done. Help yourself to an apple. Fear trouble. I do need my vitamins. I want you to escort the subject out of the building when you come back. ja, understood. Ich bin auf unbefugtem Gebiet. He he. Und nun? Ich muss aber nach oben. Okay. Ich muss mich verstecken. Das ist jetzt wohl mehr als klar. Ich könnte hier aufmachen. Dann mache ich das doch direkt mal. Oh. Inhocken. Oh. Okay. Okay. Das wird tricky. Tricky. Hier rechts geht noch höher. Ja, dafür muss ich die Kamera loswerden. Wo ist hier die Kamera? Scheiße. Okay. Ich muss zwischendurch mal wieder speichern. Warte mal, wo war das? Am Ende der Nahrungskette. Na, da will ich ja nicht mehr. Ich werde mal meinen Apfel nehmen. Ich werde mal meinen Apfel nehmen. Ist das für reale... Hätte ja klappen können. Warte, wir haben eine Situation hier. Was ist hier passiert? Was ist passiert? Wir haben eine Situation. Wahrscheinlich ein punkter Kind, der Leben für alle schrecklich macht. Hast du Informationen auf das Perp? Sorry, ich habe nichts gesehen. Ich werde noch nicht mehr schrecklich machen. Ich werde noch unterhalten. Ich werde noch mit dem Publikum achreiben. Okay. Ja, er ist witzig. Mit dem Konditionen und dem Projekt, und ihn mit dem Bewerb mit dem Bewerb. Ist das für real? Das ist für real. Ich habe gedacht, er geht zurück. Da hinten liegt was. Ich glaube, eine Knarre. Kann das sein? Neben Hammer. Wie so was. Mal her. Mal her.